das sind nur die kleinen hundchen die kennt ihr schon den william und der rambo ja und meine kamera ist heute doof also das habe ich mir heute also ja das morgen hoch also ein tag später das ist jetzt ein tag später ich war sie das ich mache das alleine jetzt zu offen holen wir sie zusammen raus wenn das geht und der hund jetzt nicht raus nein da will ich nicht raus es geht raus es geht nicht raus ich möchte die die kaputt geworden hier oben ist das bild von der vielseitigkeitsreiterin gibt gibt es ja im set ich habe jetzt zwei mal ganz kann ich mir zeigen sie ist etwas schöner gemalt ich lege die so hin ich muss mal den hund hoch wird es scharf stellen dass die alte und dies etwas naja nicht so schön bemalen das ist die neue ich schaue sie mir selbst genau an sie ist sehr schön bemalen auch die stiefel sehr originell ja sie ist schöner als sie sie wird mir painted und wird dann josie heißen sie wird halt schwarze jackett und irgendwie so und eine weiße hose und schwarze stiefel und einen schwarzen helm ja das repainten zeige ich jetzt nicht so eigentlich hat sich nicht viel verändert ich weiß nicht wer sie also sie kriegt wieder als weitbeteiligung eben und sie kriegt irgendein pferd sie werden dann zwei reitschüler sein ja ja und oder ich mache sie wie es auch nicht so gut zu Lisa oder zu Elisabeth nein ist egal jedenfalls das war es auch schon von meinem Video abonniert mich wenn es euch gefällt ja und schreibt es mir in die Kommentare und lasst bitte ein Abo da Ciao